Ihre aktuelle Wohnung befindet sich in einem desaströsen Zustand. Alle Versuche, mit dem Eigentümer Lösungen für die Probleme zu finden, sind fehlgeschlagen. Ein neues Schloss für die kaputte Wohnungstür hat Michael sogar aus eigener Tasche bezahlt und eingebaut. Ihr neuer Vermieter hingegen scheint ein echter Glücksgriff zu sein. Er geht sogar auf die individuellen Wünsche der Familie ein. Er hat gesagt, der Teppich, wenn wir da mehr genommen hätten, kann ruhig 10 Euro oder 15 Euro kosten. Sagt er, umso teurer, umso besser ist das für ihn. Aber wenn wir Wicke mal irgendwann mal wieder ausziehen, kann er für den nächsten wieder vermieten und hat einen vernünftigen Boden drin. Sagt er, ob ihr jetzt 8 Euro ausgibt oder ich gebe euch jetzt 10 oder 15 Euro aus. Das ist ihm egal. Er will nur dafür vernünftig haben. Ist das Drehung? Nein. Mit dem haben wir halt wohl einen guten Schuss gemacht mit dem Vermieter. Vielen Dank.